Petri! Schnell, hol Hilfe! Tera! Alles Beste, Lauf! Freunde? Ich laufe lieber hier lang. Oh, wo kommen dann die Felsen plötzlich her? Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit! Oh! 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 In einem Land vor unserer Zeit! Oh! Oh! Was? Du glaubst doch nicht, dass... Die Bauchschleifer Zera haben? Oh nein, nein, nein. Arme Zera. Hä? Zera! Was ist denn? Zera! Hey, du lebst, Zera. Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Bauchschneppers nicht, Zera, geschnappt? Das war knapp. Ich saß in der Falle. Steine lagen mir im Weg, aber dann sind sie plötzlich abgehauen. Du hast die Bauchschleifer in die Flucht geschlagen? Als die Steine runtergefallen sind, haben die Bauchschleifer Angst bekommen. Zera Bauchschleifer Angst gemacht? Du hast uns gerettet. Jap, jap, jap. Naja, eigentlich nicht wirklich. Zera hat sie in die Flucht geschlagen. Und das ganz allein. Hört mal, ich... Also schön gut von mir aus. Zera? Zera hat den Bauchschleifern Angst eingejagt. Jetzt sind sie wieder ins geheimnisvolle Jenseits geflüchtet. Eigentlich hatte ich nur... Zera ganz doll mutig. Wir müssen sehen, wo sie reingekommen sind und das Loch versperren. In der Zwischenzeit seid ihr Kinder zu Hause besser aufgehoben. Äh, na schön. Hm, wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir von dieser Öffnung nichts erfahren. Danke, Kinder. Zera ganz großes Held. Hä? Wir allen erzählen, dass Zera großes hält. Nein, warte! Was soll's, ist ja auch egal. Alle herhören! Zera ist großes Held! Zera uns gerettet vor Bauchschleifers! Mutige Zera-Bauchschleifers in die Flucht geschlagen! Zera ist ganz großes Held! Da ist sie ja! Das Heldenmädchen! Seht mal, Freunde, die Baumsterne! Warum fallen sie plötzlich runter? Sie hat die Heldin-Liebe hoch, sie hat die Bauchschleifer verjagt, sie hat gekämpft als unverzagt, mutig und heldenhaft. Die Großen sind davon gerannt, obwohl Zera noch so klein ist. Sie hat ins Jenseits sie verbannt, was keiner ihr vergisst. Zera! Zera, die Heldin-Liebe hoch, die Heldin-Liebe hoch, was sie jetzt kann, ist wunderbar. Erzählt den anderen, wie es war, sie ist ein Superstar, das Dreihorn-Mädchen Zera. Zera! Zera! Unsere Heldin-Zera! Zera! Ich wusste schon immer, dass du etwas ganz Besonderes bist, Zera. Na, Langhals, weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Ja, ich war an diesem Morgen mit ihr zusammen. Sie hat die Bauchschleifer mit links in die Flucht geschlagen. Ja, ich denke, das wird dich interessieren. Wir haben den Eingang in der Felswand verschlossen. Und von den Bauchschleifern war weit und breit nichts zu sehen. Natürlich nicht. Wenn ein Dreihorn jemanden verjagt, dann lässt er sich nie wieder blicken. Ist doch so, Zera, oder? Naja, das hoffe ich. Eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht. Keine falsche Bescheidenheit. Du bist eine Heldin. Du hast gekämpft, während deine Freunde weggerannt sind. Ha, ha, ha. Nur gut, dass sie nach ihrem Vater kommt, was, Langhals? Oh. Wer von euch möchte die Geschichte vom mutigen Dreihorn-Mädchen hören? Ja, die Geschichte. Die Geschichte. Spannend. Nichts länger auf den Volk. Komm schon. Ja. Na, dann erzähl mal, Zera. Naja, wir haben in der Nähe vom Kreis der Felsen rumgetobt und... Hier oben vom Rednerfelsen. Und sprich etwas lauter. Lidlfurt und Chomper und ich... Komm gleich zu deinem Teil. Entschuldige, Papsi. Also schön. Los geht's. Da stand ich nun allein diesen Bauchschleifern gegenüber. Ahem. Sie war in die Enge getrieben, wisst ihr? Richtig. In die Enge getrieben von den Bauchschleifern. Ich stieß gegen die Felsbrocken. Nein, nein. Sie ist viel zu bescheiden. Aber wir wollen hören, wie es wirklich war. Ist doch so, oder? Genau. Oh, mehr will auch. Das sehr spannende Geschichte. Erzähl uns, wie mutig du warst, Zera. Und wie du die stinkigen Bauchschleifer ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt hast. Ja, genau, Zera. Das ist wahr, Zera. Du hörst, was sie sagen, Zera. Nun erzähl ihnen schon deine Geschichte. Na schön. Ich war also umzingelt. Von den fiesesten Bauchschleifern, die man je gesehen hat. Und sie schnappten nach mir mit ihren riesigen, ungeputzten Zähnen. Sie wollten meinen Freunden wehtun. Gruselig. Oh, nein, nein, nein. Oh, doch. Aber das konnte ich nicht zulassen. Also, tja, ähm. Also loppte ich sie in eine Schlucht. Oh. Oh. Um meinen genialen Plan in die Tat umzusetzen. Wenn du nicht beleidigt bist, Spikey, dann reite ich heute lieber auf Zera, dem mutigen Dreihornmädchen. Hm. Natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist, Zera. Ja, klar. Gute Idee. Du ganz sicher, wenn bei Spielen irgendwas Böses passieren. Ähm. Was sollte denn beim Spielen passieren? Nichts wird während des Spielens passieren. Außer, dass meine Mannschaft gewinnt. Vielleicht warst du gestern die große Heldin, Zera. Aber heute bist du nur ein ganz normales Dreihornmädchen. Also los, zeig, was du drauf hast. Oh. Was ist denn? Wir wollten nur das mutige Dreihornmädchen sehen. Jetzt habt ihr sie gesehen. Erzähl ihnen die Geschichte, wie du die Bauchschleife in die Flucht geschlagen hast. Oh ja, bitte. Erzähl uns alles. Bitte, Kleines. Ich habe die Geschichte doch schon gestern erzählt. Oh, da war ich unterwegs. Ich war auch nicht da. Ich kenne die Geschichte auch nicht. Das ist super Geschichte. Und Zera ganz toll tapfer und mutig. Naja, ich war schon irgendwie ganz mutig. Und du hast das große Tal vor den Bauchschleifern gerettet. Das war wirklich unglaublich, nicht wahr? Jeder weiß, dass Bauchschleifer gefährlich sind. Aber ich wusste schon immer, wie man mit ihnen umgeht. Als sie meinen Freunden hinterherjagten, wusste ich, wie ich sie aufhalten kann. Egal, wo wir hingehen, überall wollen sie ihre Geschichte hören. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Über Zera zu sprechen, ist eine von Zeras Lieblingsbeschäftigungen. Da hast du recht. Naja, das geht schon klar. Sie hat es ja auch verdient. Und dann befreite ich mich aus der Falle. Ich schubste die großen Steine auf die Bauchschleifer und jagte sie davon. Bauchschleifer auf der einen Seite und Bauchschleifer auf der anderen Seite. Hallo, Littlefoot. Rubi, ihr wollt wohl auch die Geschichte meiner Tochter Zera hören, was? Nein, die kennen wir doch schon. Im Gegensatz zu meinen Freunden rannte ich nicht weg. Ich wusste, wie ich sie aufhörte. Diesen Teil haben wir aber noch nicht gehört. Dann jagte ich den rot gepunkteten Bauchschleifer den ganzen Weg zurück. Aber seine beiden Freunde... Waren das denn drei? Das waren doch nur zwei Bauchschleifer. Naja, vielleicht habt ihr den dritten ja nicht gesehen. Denn immerhin seid ihr ja weggerannt. Oh, das ist ein Tadefeige. Ach, wo war ich gerade? Ach ja, zwei neue Bauchschleifer tauchten auf. Und sie waren riesig. So groß wie zwei große Bäume. Von so einem großen Bauchschleifer habe ich noch nie gehört. Pssst. Aber von solchen Typen lasse ich mich doch nicht aus meinem Tal verjagen. Sie stopften mit ihren gigantischen Füßen auf. Doch ich versperrte ihnen den Weg und sagte... Ihr verschwindet aus meinem Tal! Was? Und sie rannten davon ins geheimnisvolle Jenseits, um nie wieder zurückzukehren. Jeder, der die Geschichte von dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen noch einmal hören möchte, kann herkommen, kurz bevor die große helle Scheibe den Himmel verlässt. Immer wenn ich die Geschichte von ihrer Heldentat höre, erfahre ich neue Dinge, die passiert sind. Ja, weil sie immer, wenn sie die Geschichte erzählt, die Geschichte neu erzählt. Oh, mir nicht geweißt, dass Bauchschleifer so groß werden. Hey! Vielleicht rieche ich die Bauchschleifer deswegen immer noch, weil sie so groß sind. Hä? Du kannst sie immer noch riechen? Ja, seit dem Tag, als sie sie verjagt hat. Ganz egal, wie groß sie sind, wenn sie im geheimnisvollen Jenseits sind, dürftest du sie nicht mehr riechen können. Es sei denn, sie sind gar nicht zurückgelaufen. Nein, Cera hat die Bauchschleifers ins geheimnisvolle Jenseits zurückgejagt. Die haben ganz schön rumgestampft. Wenn sie wirklich so viel rumgestampft haben, haben sie doch auch Fußabdrücke hinterlassen. Wir sollten zum Kreis der Felsen gehen und nachsehen. Dann wissen wir, welcher Teil von Ceras Geschichte der Wahrheit entspricht und welcher Teil von Ceras Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Da ist der Kreis der Felsen. Das muss Ort sein, an dem Cera Bauchschleifers verjagt hat. Aber ihren Gestank hat sie nicht verjagt. Na und? Das heißt nicht Bauchschleifers hier. Ja. Vielleicht Bauchschleifers doch hier. Das kommt aus der Richtung. Ach, deshalb kann ich sie immer noch riechen. Oh, oh. Aber sie hat sie doch davon gejagt. Hast du gesehen, wo sie hingelaufen sind? Ja, der Weg führt nach Hause. Wir müssen die anderen warnen, schnell. Also, Cera gar nicht kein Held? Bestimmt wissen alle im geheimnisvollen Jenseits schon über mich Bescheid. Vielleicht erzählen sie dort auch gerade die Geschichte von dem mutigen Dreihornmädchen so wie wir. Aber für die ist das eine Gruselgeschichte. Niemand legt sich mit dem unglaublich mutigen Dreihornmädchen an. Hm, vielleicht werde ich mich demnächst mal um Rotklaue kümmern. Die Bauchschleifer! Sie sind wieder zurück! Sie sind wieder da! Hier? Völlig unmöglich. Hast du nicht die Geschichte gehört? Ja, aber die wirkliche Geschichte habe ich gerade selbst gesehen. Und Petri, Littlefoot und Chomper auch. Jawohl! Und ich habe sie mit meiner Nase geschnüffelt. Warum könnt ihr nicht akzeptieren, dass Cera besser ist als ihr? Sie hat sie für immer davon gejagt. Punkt. Schluss. Aus. Die Bauchschleifer haben zu viel Angst vor Cera, um zurückzukommen. Ist doch so, Cera, oder? Ähm, Cera? Ähm, seid ihr sicher, dass das Bauchschleifer waren? Vielleicht habt ihr euch ja geirrt. Du hast gesagt, du hast die Riesenbauchschleifer verjagt. Naja, vielleicht waren sie ja gar nicht so riesig. Aber sie sind doch vor dir weggelaufen, nicht wahr? Äh, sie, 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 sie sind weggelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wohin. Äh, sie, sie sind weggelaufen, aber ich habe ja gar nichts Besonderes gemacht. Zufällig sind ein paar Steine runtergefallen. Und dann sind sie abgehauen. Also ich muss schon sagen, sie sind wirklich flügelig. Das ist ja unglaublich. Ich habe sie gar nicht verjagt. Das bedeutet, die Bauchschleifer sind immer noch im großen Tal. Das versuchen wir euch ja die ganze Zeit zu sagen. Dann ist sie kein Held. Sie hat gelogen. Wie gemein. Und wir dachten, sie wäre mutig. So ein Schwindel, sowas tut man doch nicht. Sie hat uns reingelegt. Mit Lüge und Geschichten. Nie zuvor hat sich das jemand geleistet. Und jetzt sind wir in Gefahr. Das ist wahr. Doch was ist jetzt? Das Dreihauermädchen schützt uns nicht davor. Unser Tal ist wieder in Gefahr. Sie war gemein. Nein, hier darf sie nicht sein. Jagd sie davon. Freunde, bitte beruhigt euch. Wir hätten einfach die Sicherheit unseres großen Tals nicht den Kindern überlassen dürfen. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt müssen wir diese Bauchschleifer aufspüren und sie für immer davonjagen. Ja. Du solltest lieber hierbleiben. Ich kann nicht glauben, dass ich gedacht habe, du wärst das unglaublich mutige Dreihornmädchen. Nein, nein, nein. Warum hast du uns Geschichten erzählt, die gar nicht wahr sind? Ich bin sehr, sehr von dir enttäuscht. Aber Papsi. Spar dir die Worte. Ich muss darüber nachdenken. Das ist alles die Schuld von diesen Bauchschleifern. Wenn die nicht gekommen wären. Jetzt sind mir alle für immer und ewig böse. Sogar mein Papsi. Wenn sie nicht weggelaufen wären, dann hätte ich ihnen bestimmt Angst eingejagt. Mit meinem lauten Brüllen. Zum Beispiel so. Hey, ihr Bauchschleifer. Habt sie? Papsi? Lasst meine Tochter zufrieden. Ach, dass ihr wegkommt. Verschwindet! Was ist nicht so schlimm ist! Ich hab euch doch gesagt, es war ein Dreihorn. Sorgen wir dafür, dass sie nie wieder zurückkehren. Es tut mir leid, Pupsi. Nein, mir tut es leid. Ich hab dich dazu getrieben, die Geschichte immer mehr auszuschmücken. Trotzdem hab ich geschwindelt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Aber es war so ein tolles Gefühl, eine Heldin zu sein. Ach, Cera, du wirst immer mein unglaubliches Dreihornmädchen sein. Danke, Pupsi. Und außerdem, niemand nimmt es mit einem Dreihorn auf. Hahaha. 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 Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020